Der Kontakt kam über Stefan Dreyer, der sportliche Leiter von Mahlsdorf. Ich kenne ihn schon seit mehreren Jahren und es war jetzt kein Geheimnis, dass ich Gerd Sparda nach der Saison verlassen will. Und da hat er mich im Winter mal angefragt, ob denn auch ein Weg Richtung Mahlsdorf gehen würde. Und da sagte ich natürlich, alles ist möglich. Ich schaue mich um, habe Angebote und für mich ist ja wichtig, dass es auch überregional sein soll, nicht nur eben halt Berlin-Liga. Fakt ist, Mahlsdorf ist breit aufgestellt mit Ollis Garte und Stefan Dreyer, zwei sehr gute sportliche Leiter, die sich vor allen Dingen eben halt auch um die ganzen vertraglichen Sachen mit den Spielern kümmern. Aber eben halt abgedeckt ist nicht alles, was um die Mannschaft dazugehört, also was relativ zeitintensiv ist. Sprich Organisation am Spieltag, Organisation auswärtsfahrten, generell Vernetzung, erste Herren, zweite Herren, mit den guten A-Jugendspielern. Also dieses alles, was letzten Endes um die erste Herrenmannschaft ist, um alles ordentlich am Laufen zu halten. Das war eigentlich für mich, sag ich mal, der Hauptaugenmerk, dass eben halt nächste Saison Oberliga gespielt wird. Auch wenn das jetzt sich erst seit jetzt anderthalb Wochen entschieden hat, dass eben halt Mahlsdorf aufsteigen darf. Ich habe mich vorher schon zu Mahlsdorf bekannt. Also ich wäre dann auch in die Berlin-Liga gegangen. Zwar hätte es mir nicht so gefallen, weil ich dann auch gegen Sparta hätte spielen müssen, wo ich natürlich, sag ich mal, vom Herzen noch dabei bin. Und deswegen war mir das schon wichtig, dass wir letzten Endes dann doch den Aufstieg zugewiesen bekommen haben vom Berliner Fußballverband. Ist schwer, klar. Man hat ja da auch sechs Jahre aufgebaut. Bin ja gekommen vor sechs Jahren, wo Sparta abgestiegen ist, wo es nicht so gut aussah, auch im Umfeld gab es Probleme. Und Tragan und ich waren ein perfektes Team. Er als Trainer, ich um die ganze Sache drumherum. Aber für mich ist es natürlich eben wichtig, auch so einen nächsten Step zu machen. Das ist dann eben halt aus der Berlin-Liga raus in den überregionalen Fußball, um eben halt auch da weiter auch an Erfahrung zu sammeln. Klar bin ich jetzt nicht erst seit gestern dabei, aber eben halt ist es für mich hier auch wichtig, da auch neue Leute kennenzulernen. Fußball ist eben halt ja auch ein so ein Begegnungssport, wo man sich eben halt überhin auch neu vernetzt. Das ist ja immer wieder wichtig. Ja, und deswegen ist es für mich dann auch eben halt wichtig, die Oberliga und nicht Berlin-Liga mit Mahlsdorf. Na ja, es ist ja so, dass wir ja dann auch, sag ich mal, über so einen finanziellen Aspekt sprechen, wenn ich in die Oberliga gehe. Und bei Sparta, mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir bei Sparta gehabt haben und haben, haben wir schon das Maximale rausgeholt. So ein Aufstieg in die Oberliga, da fehlt es dann eben halt doch, weil man eben halt nicht ganz genau weiß, kann man es stemmen? Wie sieht das aus mit den Mehrbelastungen? Wie sieht das aus mit dem finanziellen Aspekt? Kann man da den ein oder anderen Euro noch organisieren, weil man will ja letzten Endes in so einer Oberliga auch nicht jeden Cent umdrehen müssen, um Sachen durchführen zu können. Ob es eben halt die Auswärtsfahrten, das heißt, wenn ich sechs, sieben Mal in einem Bus brauche. Ja, das sind dann alles so Kostenfaktoren, wo man immer wieder durchrechnen muss. Erfahrung, also ich sag mal so, ist ja für Mahlsdorf auch das erste Mal überregional, waren ja noch nie über die Berlin-Liga hinaus, waren zwar immer bei, hat letzten Endes aber auch nicht gereicht. Dieses Jahr hätten sie es geschafft, bin ich mir sicher, auch wenn jetzt der Aufstieg durch Abbruch passiert ist. Aber die Mannschaft an sich, so wie sie momentan zusammengestellt ist, so wie die Spieler, die jetzt noch kommen werden bis zur neuen Saison, denke ich mal, wird sehr oberliga-tauglich sein, was eben halt für Mahlsdorf jetzt in der Organisation was umgesetzt werden muss. Ja, das ist natürlich was für Mahlsdorf ja letzten Endes auch neu ist, aber das, denke ich mal, ist das wenigste Problem, weil eben halt viele sind, die das auch wollen, also die da auch dabei sind. Das macht eben halt nicht nur drei, vier, sondern das sind dann schon zehn, 15 Mann, die sowas organisieren und die da eben halt die Arbeit leisten. Na ja, dieses Grundproblem ja, was ja auch letzten Endes viele Oberliga-Vereine in Berlin haben, ist ja die Infrastruktur. Ja, da geht es eben halt schon mal los mit einem Stadion und Regionalliga, wir haben in der momentanen Stadion, sagen wir, am Rosenhak ja nicht machbar und deswegen über Regionalliga brauchen wir jetzt noch nicht reden. Für mich, ich sage mal, wichtig, dass wir für Mahlsdorf die nächsten Jahre ja, Oberliga sichern, attraktiv machen, über diese Oberliga auch die Attraktivität für Mahlsdorf fördern, das heißt, die Jugendarbeit, dass da noch mehr gute Jugendfußballer nach Mahlsdorf kommen und eher den Weg zu Mahlsdorf gehen, wenn sie von Union oder von Hertha BSC oder sonst wo sie es nicht schaffen, aus diesem Leistungszentrum sagen, okay, wir können uns das auch vorstellen, nach Mahlsdorf zu gehen. Da ist Oberliga, da ist eine gute U19, U18, das ist jetzt, sage ich mal, für mich wichtig und für Mahlsdorf, denke ich mal, dass man da eine Konjunktivität reinbekommt in der Oberliga.